Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2, The Age of Kings. Ja Leute, wir sind inzwischen auf dem Festland von Milan gelandet und versuchen hier uns breit zu machen. Die werden sich bis jetzt relativ gut. Schäulein, ich hätte gern. Wir kriegen jetzt mal eine Wur hier. Ui. Alles klar. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ich muss noch ein bisschen Krieg führen. Ach, Leute, Leute, Leute. Nein, was machst du? Bleib hier. Wir ziehen uns zurück. Die Jungs müssen geheilt werden. Wir sind ein bisschen fest angeschlagen, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem die Burg muss man langsam kommen. Na ernsthaft? Oh, ihr... Milano? Ihr seid richtig mühsam. Ihr seid richtig, richtig böse Müser. Naja, aber eventuell... Eventuell klappt das ja auch. Ich hätte gern hier... Neue Paladine. Und ihr lenkt sie einfach ab, so gut es geht. Ah, sie haben ein neues Dorfzentrum. Fieslinge. Genau. Perfekt. 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 Ich würde sagen, wir suchen da noch ab. Obwohl... Ich könnte auch noch ein bisschen rumkämpfen. Bis die Burg steht. Und bis unsere neuen Truppen kommen. Ah, das wird... Knapper und Knepper. Ich seh's schon. Sagen wir mal, wie viele Kanonen haben die denn? Ah. Ist ja unglaublich. Warte mal, wir sind schon drin? Was sind wir denn? Oh. Und wozu ist die Mauer hier? Ist ja völlig schwachsinnig. Na schön. Na gut, so geht's auch. Wer ist sie? Ich hätte gern einen Stall an der Front. Das ist auch noch ganz wichtig. Perfekt. Ich weiß nicht so. Ich weiß nicht so. Ich weiß nicht so. Ist doch toll. Ist doch ganz, ganz toll. Jetzt sieht das schon fast so aus, als könnten wir das halten. Okay. Ich weiß nicht. Genau. Genau, der heilt sich bitteschön. Das war ordentlich. Los zum Priester in Ruhe. Mensch, das gibt der Glückwunsch echt viel. Ich bin echt mühsam. Ja, demnächst kommen dann noch tonweise Kanonen, ne? Das ist ja auch schon. Hm. Gar nicht mal so einfach, Milan behehrt sich. Und es war ordentlich. Jetzt aber. Komm schon. Komm schon. Das packen, ne? Das packen, ne? Das packen, ja. Jawoll. Ey, perfekt. So muss das. Das sieht doch gut aus. So, ich glaube, wir können sogar das Fräulein schon mal rauslassen. Reduktion vor Ort. Perfekt. Ganz toll. Ganz toll. Leute, ich glaub's nicht. Wer könnte rumheilen. Hippi. Fräulein, wieder rein. Klick mal. Obwohl, warte. Hm. Pfff. Pfff. So. Anproduzieren wir vor Ort. Ist ein bisschen sinnvoller. Ah, ich glaub jetzt halten wir's. Jetzt halten wir's. Aber sowas von. Greater. Hm? Genau. Der Speer kann doch dran vorbei rein. Ist doch egal. Ah, ich würde nach vorne rennen. Das war dringend. Die Dinger sind echt mühsam. Sie gehen auf meine Burg los. Das find ich auch gar nicht toll. Ja, das war alles raus. Fräulein. Ja. Reparieren. Zurückziehen. Müß geheilt werden. Gut. Ja, das sieht doch perfekt aus. So, ich glaub wir haben's. Wir haben die Brücke. Tut mir leid, ich hab nicht sonderlich viel geredet jetzt. In der Folge. Zumindest bis jetzt nicht. Aber ähm. Aber ähm. Es war wichtig, dass... Gut. Andererseits meine Konzentration hat jetzt nichts dazu beigetragen. Dass wir die Brücke jetzt halten. So, Milano. Wie geht's denn so? Seid ihr ein kleines bisschen angepisst? Und jetzt... Tadip. Wir können es natürlich einfach ausbluten lassen. Das wird auch ganz lustig. Wahrscheinlich für Zeugner holen sogar... was Drecks Zeugs. Und du guckst mir da weiter Zeug an. Ob es jemand etwas gegnerisches hat in der Gegend? ooooooo nono nononononononononono Mh, so einwandfrei halten ist dann doch wieder nicht Ja, Milano weiß sich zu wehren. Hm. Ah, ja. Gut, ist ja auch einer der stärksten Städte, Stadtsstaaten in Italien, von dem her. Historisch korrekt dargestellt. Wie viel haben wir denn jetzt? Hm, sechs. So, kommt. Alle raus, Fräulein, hausten wir bitte irgendwo dahinten noch im Dorfzentrum, dass wir auch Notfalls Bauern auch produzieren können. War gar nicht Arbeitslose? Ja, ok, schön. Sonst noch jemand? Gut. Gut. Ah, wisst ihr was? Ja, kommt doch. Genau, wir werden schon noch weggeschossen. So. Sieht aber soweit okay aus. Was habt ihr denn dort gemacht? Jungs. Ah, menschenskind. Echt nicht. Gut, das Dorfzentrum ist auch demnächst da. Soll er da kommen? In der Burg kann er einfach nix. Das ist halt das Doofe. Gut, das sieht eigentlich recht gut aus hier. Eventuell können wir demnächst mal wieder einen Vorstoß wagen. Vielleicht sogar gerade direkt kommt. Machen wir mal was kaputt. Können wir sowieso warten. Hat sich jetzt Mailand irgendwie leer geschossen oder? Wie läuft das Ganze? Wachen Plus hat sich wieder aufgebaut und aufgerüttelt. Das ist irgendwie mühsam. Und dass sie Kanonen haben? Aha. Na gut, irgendwann noch eine zweite Waffenschmiede. Diese bösen, bösen Radieschen. Finde ich jetzt gar nicht. Kommt man zur Burg. Und dann hauen wir euch kaputt. Eiderburg. Vielleicht sogar Miederburg. Äh, das ist ganz blöd. Genau. Und jetzt. Los. Kanonens. Oh, da sind aber viele Kanonens. Au, 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 au. Lass das. Lass das bitte. Ich glaube er bestellt. Na zwar. Es geht noch. Aber Mailand hat jetzt wirklich aufgehört. Die hatten einfach mal grössere Truppen. Also grössere Armee bereit. Und sobald die weg ist, haben sie schon wieder ein Problem. Okay. Kommt jetzt ernsthaft. Kommt jetzt ernsthaft. Dann hat er gerade unserem Paladin ins Gesicht geschossen. Okay. Nicht schlecht. Aber ich würde sagen, wir wollten ja das ja kaputt schlagen. Machen wir das doch. Äh, nein, 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 nein. Reparieren, bitte. Klickmann. Der Spruch bleibt immer mehr lustig. Oh, sexy. Okay, blau kommt jetzt wieder mit einem größeren Trupp. Alles klar, wir rennen zurück. Oh, hier stinkt. Zinnen. Und so. Die Burgupdates. Die Burgupdates und schneller produzieren, das wäre auch noch was. Wäre schon viel früher was gewesen. Okay. Und sonst eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wo wollen die denn? Ah, die wollen das Gold durch hinten holen. Blöde Idee. Ich blöde Idee. Wir haben einen grossen Angriff auf unserer Seite. Und da, 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 da. Da, 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 da. Oh, 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 oh. Was soll das? Wohin hol dir denn? Dahin gibt's sogar kein Gold. Soll das was? Und ich würde sagen, wir rennen mal nach innen. Und gucken was genau der Gegner dort jetzt machen will. So tolles. Mit seinen 20 Milliarden Bauern, die blödsinnig weggerannt sind. Denn... Noch ein drittes Weltwunder will ich da nicht sehen. Ach du bist so ein Genie. Okay, er ist ausgewichtigt. Nicht schlecht. Aber... So, was sei der denn? Holzhacken. Ach ja. Denkt er ja. Finde ich jetzt irgendwie nicht. Genau. Und jetzt bei dem Lauf zurück, werdet ihr ziemlich böse zerfesten. Das ist schon doof, ne? Ist richtig doof eigentlich. Ah komm. Richtig doof war das. Richtig doof. Was soll's das sein? Hahaha. Ja, du wirst erreicht. Ist okay. Ei. Ist auch ein blöder Moment. Naja, aber Leute. Wir haben immerhin die Brücke soweit gesichert. Und jetzt ordentlich was an Bauern von der Wache am Fluss zerstört. Weil sie einfach blöd in unsere Burg reingelaufen sind. Und ja, falls ihr sehen wollt, wie wir uns dann noch weiter breit machen. Und vielleicht irgendwann mal Mailand angreifen oder so. Ja. Wäre so der Plan. Wir haben ja sogar schon ein Loch da geschossen. Mal mit den Schiffen. Eigentlich wäre es nicht mehr so schwierig. Naja. Also liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau.